Hallöchen meine Lieben und Willkommen zu einem neuen Vlog von uns. Ich wollte euch mal durch unseren Vormittag mitnehmen. Heute, wir haben Samstag und ich wollte euch durch unseren Vormittag mitnehmen. Genau, ich habe jetzt auch noch gar nicht so viel gemacht heute. Ich habe die Kinder angezogen, beziehungsweise Juna angezogen und mich angezogen. Auch nichts Wildes, nur so einen schnellen Schlabberlook. Und Lia ist tatsächlich gerade erst aufgewacht vor zwei Minuten. Die hat mega lang geschlafen heute, bis halb neun. Richtig krass. Juna ist natürlich schon seit dem Sieben wach, wie immer. Aber wir lagen jetzt noch eine Stunde im Bett und haben gekuschelt. Und wir haben ein bisschen was am Handy schon gemacht, ein bisschen was geklärt und sowas. Genau, ja. Sonst steht dieses Wochenende tatsächlich auch gar nichts an. Wir haben endlich mal wieder ein freies Wochenende. Das ist schon ewig, ewig, ewig her. Und es fällt halt alles dieses Wochenende weg. Also ich habe gar keinen Termin. Und das ist so schön. Ich fand den Mittwoch auch schon so schön. Wir hatten dasselbe nämlich jetzt auch am Mittwoch. Dass wir die ganze Zeit zu Hause waren. Und das ist echt herrlich. Jetzt sind wir wieder nur die Familie zusammen, ne? Nur wir zusammen. So, ich wollte jetzt gerade noch was für Lia zum Anziehen holen. Und ihr seht, glaube ich, an der Qualität, dass wir mega schlechtes Wetter haben. Es ist nämlich überall mega dunkel. Genau, hier wollte ich euch einmal zeigen, ich habe gestern von einer Followerin, die habe ich mir bei Instagram geschrieben, dass sie so viele Stoffwilden noch übrig hat. Und die habe ich ihr dann abgekauft. Und das ist zufälligerweise genau unsere Lieblingsmarke, nämlich Winsel Zauberland. Und da habe ich mich sehr gefreut, dass die jetzt noch angekommen sind. Genau, die wollte ich jetzt auch noch gleich wegräumen. Sind ja frisch gewaschen, kann ich also direkt wegräumen. Und auch ganz viele Molltücher und Einlagen noch dazu. Also echt mega, mega cool. Und ich habe da auch total das Schleppchen gemacht. Bin mega, mega dankbar. Also es ist echt total toll. Sind auch richtig süße Designs bei. Ich zeige euch das mal oben. Da ist, glaube ich, besser das Licht. Schon viel, viel besser das Licht hier oben. Genau, also einmal hier diese Bären. Die haben wir auch schon einmal in einem anderen Modell. Die Wüssli haben wir nämlich. Jetzt auch nochmal die Beza hier. Dann war hier noch eine Bambino Mew dabei. Die ist auch toll. Das sind so All-in-One-Lindeln. Sitzen eigentlich auch immer richtig toll am Kind. Also ich mag die auch sehr. Und das Design ist auch richtig süß. Ich bin gerade total der Gänsen-Fan. Dann die Elefanten. Die haben wir auch schon in einem anderen Modell. Die haben wir auch als anderes Modell. Die liebe ich auch total. Die haben wir hier auch als Waschlappen. Die sind nämlich so süß hier. Richtig goldig. Dann die Schweinchen. Das ist auch mein absolutes Lieblingsdesign im Moment. Die haben wir auch schon als anderes Modell. Ja, hier liegen sie sogar gerade. Die hatte Juna gestern an. Genau, das ist die Wüssli. Die hat halt einfach einen anderen Schnitt. Aber das gleiche Design. Die Füchse haben wir auch als Wüssli. Die hier haben wir tatsächlich nicht. Aber die hatten wir bei Lia schon. Und das Design ist auch mega süß. Das kenne ich auch noch gar nicht. Das ist ein Panda-Bären drauf. Und die hier haben wir auch als Wüssli. Die ist auch mega mit den Walen. Die liebe ich auch total. Ich bin ja total so ein Wal-Mensch. Genau, und hier sind noch die Robben. Die sind auch mega süß. So, vorher kriegt Lia aber mal was zum Anziehen. Hier ist aber mega dunkel. Das Fenster noch zu ist bei ihr. Genau, aber ich musste jetzt mal was zum Anziehen raus. Um irgendwas Bequemes. Für das Wochenende. Genau. So, haben wir dann hier Bequemes. Jetzt habe ich hier gerade beim Aufräumen noch diese ganz kleinen, neugeborenen Windeln gefunden. Und dann, oh mein Gott, ist das klein. Wow, wie süß. Na komm. Oh, das sind die Mini. Oh mein Gott, da hat Judo doch niemals reingepasst. Verrückt. Ich kann jetzt auf jeden Fall noch wegräumen für das nächste Baby. Hier habe ich noch mehr gefunden. Oh Gott, die sind so mini, ne? Verrückt. Das sind diese kleinen Höschenwindeln. Gott. Ist das niedlich. Genau, die kann ich alle wegräumen für Baby Nummer 2. Hier steht übrigens auch noch Wäsche. Dann habe ich gestern alles gemacht. Die sind auch noch mehr Stoffwindeln. Die ich noch wegräumen kann. Ach, guck mal hier. Gerade von gesprochen, ne? Von dem Design. Genau, so. Hier sind auch noch mal die der Elefanten. Ich kann euch Wintelsaugerland meine Infobox verlinken. Habt ihr da direkt einen Link. So, und jetzt sortiere ich hier gerade diese Mulltücher. Und hier muss ich auch noch mal die Waschlappen sortieren, damit ich hier die Mulltücher noch reinpacken kann, weil hier sind immer die Mulltücher so drin. Der Wäschekorb ist leer. Und jetzt habe ich mir mal vorgenommen, dass ich hier unten mal das Chaos aufräume. Das stört mich nämlich schon ewig. Nämlich eine Schublade, die man nie benutzt. Und die aber so viel Platz einnimmt. Lia, kannst du bitte aufhören damit? Das geht nicht auf! Schau jetzt mal, ob wir das überhaupt noch alles brauchen hier. So, besser, oder? Was sagt ihr? Besser, ja. Hier sind jetzt Nachtwindeln, die wir ja gerade nicht benutzen. Wir wickeln ja nachts nicht mit Stoff, weil Jun das nicht verträgt. Noch mehr Nachtwindeln. Diese Mulltücher, Spucktücher, Vorräte, die wir eigentlich auch nie brauchen. Alle Sachen, die wir nie benutzen irgendwie. Und Spucktücher und Pucktücher. Ich habe auf jeden Fall eine Spucktuch- und Pucktuch-Sucht, wie ihr seht. Also hier oben sind die Pucktücher, da auch eine Pucktücher. Und ganz viele Spucktücher. Ein paar habe ich aussortiert zu meiner Verteidigung. Aber ich liebe die einfach. Die Designs und sowas sind einfach so niedlich. Ich kann die einfach nicht abgeben. So, jetzt bin ich im Aufräum-Flow hier. Jetzt habe ich gerade den Kleiderschrank aufgemacht. Und es sind auch noch so viele Sachen, die ich einfach nur reingestopft habe. Das möchte, glaube ich, auch einmal alles ausgeräumt werden. Oh, wei, oh wei. Los geht's. Ich zeige euch das mal. Schaut mal. Da muss jetzt auch mal ein Kleiderschrank machen. So, du kannst hier unten spielen, Schätzi. So, dann schauen wir mal. Das hier kann weg. Das ist Müll. Hier sind kleine Fußabdrücke von Juni. Und Handabdrücke von Juni. Das kommt in die Erinnerungskiste. Ganz wichtig. Dann haben wir kleine Schuhe, die zu klein sind. Und kommen in die Kiste für später. Das kann weg. Das hier passt auch nicht mehr. Das ist Deko hier. So. Das, 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 das kommt hier oben rein. Hier oben sind übrigens noch Geschenke, die sie zum ersten Geburtstag bekommen hat, die wir aber noch nicht ausgepackt haben. Also, das bekommt sie dann alles später. So. Fertig. Besser, oder? Auf jeden Fall. So. Das ist schon mal fertig. Hier auf dem letzten Chaos wieder weggeräumt. Und das hier ist jetzt alles noch, was zu groß ist. Also, was ich schon in größeren Größen gekauft habe. Was halt, genau, in die oberen Kisten kommt. So, hier ist jetzt Frühstück angesagt. Dafür die Kinder hier einmal die Tellerchen vorbereitet. Hier auch. Eigentlich dasselbe, nur ein bisschen mehr. Genau, jetzt wird hier erstmal gefuttert. Ne, Mäuschens? Ja. So, Frühstück ist erledigt. Wir sind jetzt hier gerade in der Spielecke von den Mädels. Wir haben hier auch so ein neues Schaumstoffspiel. Das ist auch mega cool. Lieben die Kinder gerade total. Und Junes absolutes Lieblingsteil ist gerade hier dieser Wheelie Bug. Den liebt sie gerade total. Übrigens kann sie auch schon laufen, die Juni. Kann schon laufen. Jetzt muss ich aber erstmal Wheelie Bug fahren. Juni kann schon laufen, ja. So. Oh, jetzt kommt der Peter noch dazu. Ich glaube, Juni wollte gerade fahren, Schatz. Aber der will einmal. Peter will auch fahren, okay. Oh, ich glaube, Juni möchte aber, Schatz. Komm, Juni. Na, komm. Komm her, du. Komm her, du. Ja. Super süß, Schatz. Super süß. Wirklich eine tolle Investition gewesen. Das lohnt sich auf jeden Fall. Cody, so schnell. Du bist so schnell, Schatz. Ja. So schnell bist du. Wow. Wir haben hier in der Spielecke auch wieder unser Kletterdreieck rausgeholt. Das stand erst eine Zeit lang auf dem Boden. Damit die Kinder ein bisschen Abwechslung haben. Aber jetzt haben wir es gerade wieder rausgeholt. Das ist wieder der absolute Hit. So, vier Fahrgeschäfte hier für zwei Kinder. Und trotzdem wird sich gestritten. Juni ist jetzt hier aufs Barbika umgestiegen. Gefällt dir aber jetzt reinbar auch nicht mehr. Naja. So. Was wollte ich jetzt euch erzählen? Vom Kletterdreieck wollte ich euch erzählen. Jetzt hoffe ich mal, dass Juni nochmal läuft. Damit ihr es nochmal seht. Der arme Peter. So, da seht ihr nochmal, wie die Kleine läuft. Also, sie krabbelt fast gar nicht mehr. Sie läuft immer los. Schaut mal, wie toll sie das macht. Wow, oder? Ja. So, jetzt aber nochmal hier zum Kletterdreieck. Also, das Kletterdreieck ist so ein Dreier-Set gewesen von Kletterling. Ich verlinke euch das mal in der Infobox. Und ich denke, ich kann noch ein Code vielleicht raushandeln für Kletterling. Schreibe ich euch den auf jeden Fall dazu. Wir haben hier eine Seite mit so Bändern, wo man halt hochklettern kann. Dann haben wir hier eine Seite mit ganz normalen Sprossen, wo man hochklettern kann. Und hier haben wir auch noch so eine Seite, wo die Kinder halt hier mit den Füßen reingehen können. Das heißt, man kann das halt immer umdrehen, so wie man das halt gerade braucht. Jetzt ist hier auch schon wieder der Peter am Klettern. Oh, guck mal, Mama, Peter. Ja, klettert der? Ja. Klasse. Hier wieder rein und raus. Ja, super. Und sie freut sich immer selber, wenn sie hier lauchen kann. Ja, was war denn der Peter? Genau, also das kommt hier wirklich richtig gut an. Erst recht, wenn wir so schlechtes Wetter haben wie heute, können die Kinder sich hier immer noch austoben in der Wohnung. Das ist wirklich klasse. Und die werden so kreativ mit solchen Kletterdreiecken. Das ist wirklich klasse. Also, wie gesagt, das ist so ein Dreier-Set. Verlinke ich euch mal in der Infobox. Ich gucke, Schatz. Und das kann man halt umdrehen, so wie man das will, ne? Welche Seite man halt eben gerade nutzen möchte. Kinder mögen diese Konstellation gerade am liebsten. Aber die anderen Teile zeige ich euch jetzt auch noch. Da gehört natürlich nicht nur noch was dazu im Dreier-Set, ne? Das andere Teil steht nämlich hier bei Lia im Zimmer und ist zwar, ist gerade so eine Schaukel umgebaut. Genau. Ich hole das mal hier aus der Ecke raus, dann könnt ihr das besser sehen. Also, wir haben hier jetzt so ein Kissen drinne und dann kann man das halt so als Sitzschaukelkissen nehmen und die Kleinen lieben das, sich da reinzusetzen und dann so zu schaukeln. Wir sitzen da auch manchmal alle zusammen drinne und lesen dann was zusammen. Oder wenn man halt eben das Kissen rausnimmt, dann kann man das Ganze auch umdrehen. Und das hat halt so einen Bogen, Kletterbogen. Auch mega. Das lieben die Kinder auch total. Wenn man darüber klettert, vor allem kann man das auch alles zusammen verbinden mit einer Leiter. So, ich hab das jetzt mal runtergebracht hier und die Kinder sind schon wieder Feuer und Flamme dafür. Kam gar nicht dazu, ich das hier zu zeigen. Die Kinder sind direkt drauf gestürmt. Also, hier ist noch die Rutsche dabei. Seht ihr? Die hat ordentlich einen Sticker von Lia abbekommen. Genau. Und die kann man auch umdrehen dann als Leiter. Und jetzt werden wir das Ganze mal verbinden. Dann zeige ich euch mal, wie das aussieht. So sieht das Ganze dann aus, wenn man das verbunden hat. Also, man hat so ein richtig cooles Dreierset hier. Und die Kinder können halt richtig toll spielen da jetzt so rüberklettern. Man kann halt so viele Sachen damit bauen. Also, kannst hier den Bogen auch noch von der anderen Seite machen. Die Leiter kannst du nochmal umdrehen. Jetzt sind da halt diese Sprossen dran. Zeige ich euch gleich noch, wenn die Kinder mal runtergehen. Und wie gesagt, das kann man ja auch total noch umendern. Du kannst auch die Höhe von der Leiter noch individuell einstellen. Ich habe jetzt hier mal die Leiter gemacht. So seht ihr das? Also, das ist die andere Seite von der Rutsche. Und so seht ihr halt auch, dass ihr das wirklich in jeder Höhe ran machen könnt. Also, genau wie ihr wollt. Ihr seid da wirklich total flexibel. Und wir lieben das. Und die Kinder lieben das auch, wie ihr seht. Und natürlich könnt ihr jetzt auch die Rutsche einfach hier oben ran machen. Ja, nehmt das, die hebt den Bogen mal weg. Genau. Klasse. Schaut mal so. Und dann habt ihr hier eine Rutsche komplett, wo die Kinder halt hier rüberklettern können und dann eine Rutsche machen. So, mein Lieben. Und jetzt wollte ich mich auch noch ganz schnell verabschieden. Ich wollte den Vlog direkt für euch schneiden. Ich hoffe, dieser kleine Einblick hat euch so ein bisschen gefallen. War so ein bisschen durchgewurschelt, habe ich gemerkt. Aber vielleicht interessiert es euch noch trotzdem. Und ich verlinke euch natürlich alles zu Kletterling unten in der Infobox. Und ich habe da sogar noch einen Rabattcode. Den schreibe ich euch auch dazu. Dann könnt ihr natürlich auch wieder bei Kletterling sparen. Genau. Und jetzt, hoffentlich, sehen wir uns beim nächsten Vlog wieder. Oder auf Instagram, ganz wie ihr mögt. Bis dahin. Tschüssi. Habt's fein.